Weil ich ganz ehrlich bin, wenn ich das wollte, dann könnte ich ein Video hochladen, in dem es nicht sehr gut für sie ausgeht. Ich finde es einfach so traurig, dass sie denkt, sie hätte sich selber alles verdient, sie ist unfassbar unsympathisch, sie hat so lange gewartet, bis sie genug Follower auf Insta hat und ist dann womöglich fremdgegangen und mit ihr war dann Schluss, jetzt zieht sie ihre Vorteile daraus, so traurig. Okay, ich weiß, ich weiß, viele schreiben Dahlia. Ich sage ganz ehrlich zu diesem Dahlia-Thema, wir haben ja zusammen einen Krass Klassenfahrt aufgenommen, die erste und dritte Staffel, da war Dahlia dabei und so und ich habe mich auch wirklich super mit ihr verstanden. So, ich lese mir noch ein paar Sachen vor und versuche die Sachen zu beantworten, die hier stehen zu diesem Thema. Bist du sauer auf Denise? Ja, aktuell schon, das habe ich aber auch schon gesagt. Was ist mit den Sticheleien gegen sie? Das ist ein spannendes Thema, dieses Sticheleien-Thema, weil das hat sie ja auch angeführt. Um das ganz kurz nochmal einzuordnen, weil es ja in diesem Stream gerade darum geht, um das ganz kurz einzuordnen, für die Leute, die gerade gar keine Ahnung haben, wovon ich rede, wobei die meisten schon sicherlich wissen, worum es geht. Dieser Chat, kriege ich das hier eigentlich ein bisschen kleiner noch? Ups, ich muss ein bisschen nach hier gehen. Um das gerade nochmal ganz sensibel einzuordnen. Denise hatte diesen Livestream gemacht, in dem sie für sich selber entschieden hatte, ohne es vorher mit mir abzuklären, dass sie darüber redet, was passiert ist, weil sie das so für sich, oder weil sie das ihrer Aussage nach nicht mehr ausgehalten hat. Und hat aber in diesem Livestream, hat auch gesagt, was sie gemacht hat, sehr klein gehalten, hat auch gesagt, Dinge behauptet, die ich gemacht hätte, die aber so nicht stimmen, einfach. Und im Grunde, ich weiß gar nicht genau, was Sinn und Zweck von dem Livestream war letztendlich, weil jetzt ist sie gerade wieder in einer Scheißsituation. Also es war einfach undurchdacht. Sie hat das auch selber schon gesagt, dass es nicht durchdacht war. Also es war nicht klug. Deswegen, genau. Was war eigentlich die Frage? Scheiße, was war die Frage dazu? Achso, du drohst ja irgendwie. Nee, warte mal. Die Frage war, achso, was war mit den Sticheleien? Genau. Und sie hatte in dem Livestream, hatte sie gesagt, dass einer der Gründe, warum sie das macht, ist, dass sie es nicht mehr aushält mit diesen Sticheleien. Dass ich in jedem zweiten Video irgendwie Franz gegen sie aushaue. Also, dazu zwei, drei Punkte. Erstens, ja, habe ich gemacht. Ich habe Franz gegen sie rausgekommen. Das war nicht in jedem zweiten oder dritten Video. So oft war es nicht, aber das ist auf jeden Fall passiert. Ob das richtig war, ich glaube sogar, es war nicht mal richtig. Um es so ein bisschen einzuordnen, ich mache natürlich Unterhaltungskontent. Ich mache nicht dauernd Realtalks. Und wenn ich in Realtalks die ganze Zeit gegen sie raushauen würde, dann wäre es irgendwo schon sehr krass. Ich mache diese Unterhaltungssachen. Das ist viel mit vielen Comedy-Sachen. Und davon sind halt manche auch, die halt in so eine Richtung gehen, die so ein bisschen in so eine sarkastische Richtung gehen. Sodass ich verstehe, dass es bei Leuten, deren Haut nicht dick genug ist, um es so zu sagen, das vielleicht dann auch falsch ankommen kann. Aber ich habe in diesen Fronts, die waren jetzt nicht, also wer sich die Videos genau angeguckt hat. Ich habe ja zum Beispiel damals dieses Promiflash-Video gemacht. Das ist etwas, was ich mir vorstellen könnte. Ich habe dieses Promiflash-Video gemacht. Da habe ich auf die Promiflash-Videos reagiert zur Trennung. Und da habe ich mir halt die Videos angeguckt und die Kommentare auch durchgelesen. Da haben halt viele Leute geschrieben, okay, Denise, sie hat sich so verändert, sie ist so und so geworden. Ich kann da verstehen und ich kann es irgendwo nachvollziehen, dass das vielleicht nicht so schön war, die Kommentare da durchzugehen. Auf der anderen Seite habe ich aber auch in dem Moment entschärft und habe gesagt, es ist nicht cool, sowas zu schreiben. Und das hat keiner verdient. Die meisten Fronts habe ich rausgehauen zu ihren YouTube-Auftritten. Und da möchte ich nur kurz, um das einzuordnen, war es halt so, dass Denise früher immer gesagt hat, sie möchte keine YouTube-Videos machen. Sie wird das niemals anfangen. Das ist überhaupt nicht so ihr Ding. Dass es nicht so ihr Ding ist, hat sie jetzt irgendwo auch gezeigt. Und das hat sie jetzt auch gesagt schon. Das ist nichts, was ich werten abgebe. Und ja, es ist halt einfach, es ist, wie ich Freunde von mir zwischendurch hops nehme, so. Wenn die irgendwelche cringing YouTube-Videos hochladen, so wie früher ich immer irgendwelche Luki-Time-Anblenden und so gemacht habe von ihm. Von irgendwelchen Cringe-Szenen, wie ich das von Marcel immer mache und so. War es auch bei Denise der Fall. Also es ist nicht so, dass sie jetzt irgendwie da Welpenschutz hat oder so, nur weil das jetzt ihr erstes oder zweites YouTube-Video war. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass es irgendwie von mir aus ging. Es war jetzt keine Mobbing-Attacke und ich habe gesagt, Leute, fangt an zu haten oder so. Und wie gesagt, ich bin da nicht der Meinung, dass ich jeden Tag von uns rausgehauen habe. Aber, um das jetzt gerade abschließend noch zu sagen, ich glaube, ist es ab jetzt in Ordnung, wenn ich damit aufhöre. Ich glaube, ich habe verstanden, dass Denise diesen Stream-Rob gemacht hat und dass es teils daraus, dass es dieser Impuls war, weil sie das so fertig macht. Das habe ich jetzt verstanden und ich möchte keinen Menschen damit fertig machen. Und wenn es für sie ein sehr sensibles Thema ist oder wenn sie das, dann werde ich sein lassen. Und ich höre damit jetzt auch auf, weil es dann uncool ist, sowas zu machen, wenn es sie wirklich so fertig macht. Weil das war nicht mein Plan. Okay, wir machen gerade hier mal weiter. Achso, noch kurz zu diesem Thema, du drohst Denise. Also, ja, es ist im Grunde, man könnte es wie eine Art Erpressung aufschnappen. Und zwar, wenn Denise das nicht klar stellt, dann werde ich es machen. Aber es ist in dem Sinne auch keine Erpressung, weil es ist eher eine Option für sie. Das war normalerweise Aktio, Reaktio. Sie hat jetzt ihre Aktion gedoppt. Theoretisch bin ich jetzt als nächstes dran zu sagen, okay, ich mache die Klarstellung dazu. Aber ich überlasse ihr die Option, die Möglichkeit freiwillig, dass sie, wenn sie möchte, von selber sagen kann, was nicht so in Ordnung war in ihrem Livestream. Und dass es uncool war, wie sie es gemacht hat. Ob das jetzt passiert oder nicht, das werden wir sehen. Aber sie hat ja gesagt, sie wird es machen. Also, können wir gespannt sein, was sie tun wird. Genau. Ja, ein spannender Punkt. Ihr beide solltet nicht vergessen, dass ihr euch mal geliebt habt. Ich finde, das solltet ihr euch beide bewusst machen, gerade wenn man so sauer auf den anderen ist. Das ist halt genau der Punkt so. Auch wenn ich glaube, dass wir uns beide sehr, sehr krass verändert haben, verglichen mit vor noch zwei Jahren. Aber absolut, also ich stimme dem Freund ganz zu. Man darf diese Sachen nicht vergessen. Und deswegen, so oder so, im Grunde, um da hier die Würde des Menschen ist unantastbar, um das gerade noch gedroppt zu haben. Natürlich, es hat keiner verdient, im Internet fertig gemacht zu werden. Und das ist nicht mein Ziel. Und genau das möchte ich halt vermeiden. Und deswegen möchte ich nicht diesen Beef. Weil ich ganz ehrlich bin, wenn ich das wollte, dann könnte ich ein Video hochladen, in dem es nicht sehr gut für sie ausgeht. Aber das ist nicht Plan von dem Ganzen. Und das soll jetzt auch keine Ansage sein. Und es wird auch nicht darauf hinauslaufen. Hoffe ich wirklich sehr. Ja, okay, ich lese es mal hier. Ich lese es aber noch mal vor. Und deswegen kann ich das vorhin nicht filtern, was jetzt davon richtig ist. Was halt hier lese ich, ich lese es mal mal vor. Ich finde es einfach so traurig, dass sie denkt, sie hätte sich selber alles verdient. Sie ist unfassbar unsympathisch. Sie hat so lange gewartet, bis sie genug Follower auf Insta hat. Und ist dann womöglich fremdgegangen. Und mit dir war dann Schluss. Jetzt zieht sie ihre Vorteile daraus so traurig. Das ist, dem würde ich nicht zustimmen. Also ich weiß, dass wir uns wirklich geliebt haben. Und ich weiß, dass da das mit den Followern nicht im Vordergrund stand. Und sie hatte ja, glaube ich, gesagt oder irgendwie erwähnt in ihrem Livestream, dass ich sie für Klicks ausgenutzt hätte oder so. Was halt Schwachsinn ist. Aber genauso ist Schwachsinn zu sagen, dass sie mich für die Reichweite ausgenutzt hat. Aber ich sage euch mal, wir haben uns am Anfang ganz normal, wie alle anderen, ineinander verknallt. Wir sind erst sehr spät zusammengekommen. Wir haben uns extrem lang gedatet. Und wir haben fast ein halbes Jahr, hat es gedauert, bis ich sie in meine Videos mit reingenommen habe. Dann gab es eine Zeit, und zwar das war fast das ganze erste Jahr, da hatte sie nicht mal Instagram. Also da hat sie das gelöscht, weil sie damit auch erstmal gar nicht klarkam. Und irgendwann haben wir uns zusammen überlegt, ey, wenn du auch Instagram machen würdest, dann bestände die Möglichkeit, dass du wahrscheinlich schnell relativ viele Follower kriegst und damit auch Geld verdienen kannst. Und es ist cool, weil wir dann in dem Moment beispielsweise hier, wir sind zusammen in die Wohnung gezogen. Wir können uns die Miete teilen oder zumindest einen gewissen Teil teilen. Und das war natürlich dann auch für mich eine Entlastung. Und deswegen haben wir das im Grunde, haben wir da beide die Vorteile rausgezogen, was ja auch irgendwie verständlich ist. Also das ist so, als, keine Ahnung, als wäre sie beruflich Fußballtrainerin und er wäre Fußballspieler. Und dann entschließen sie sich irgendwann, dass er in ihrem Verein ist. Voll das doofe Beispiel gerade, aber ihr versteht, was ich meine. Und deswegen, es war nie so, dass irgendwer irgendwen ausgenutzt hat. Soll ich, ich muss mal unten wieder runter scrollen, weil ich gerade gar nicht bei den Akten... Würdest du nochmal mit Denise zusammenkommen? Das ist auf jeden Fall komplett ausgeschlossen. Perfekt. Alter, nice. Jetzt habe ich, das habe ich jetzt hingekriegt. Schön. Okay, ich weiß, ich weiß, viele schreiben Dahlia. Ja, ich sage ganz ehrlich zu diesem Dahlia-Thema. Wir haben, wir haben ja zusammen Krass Klassenfahrt aufgenommen. Die erste und dritte Staffel, da war Dahlia dabei und so. Und ich habe mich auch wirklich super mit ihr verstanden. Und ich möchte da jetzt überhaupt nichts zu sagen. Und ich kläre das aktuell noch mit ihr privat. Das ist das Wichtigste. Ich möchte dazu wirklich gar nichts sagen. Klärt das persönlich und lasst das alles so stehen jetzt. Als öffentliche Person in und her, manchmal sollte man es so stehen lassen und sich denken. Das ist richtig. Also ich verstehe absolut, was du meinst. Der Punkt ist nur, und ich möchte das kurz einfach sagen. Es stand halt unter meinen Kommentaren. Ich glaube, das ist mittlerweile auch gekennzeichnet. Deswegen könnte man es theoretisch fast sogar jetzt sein lassen. Weil ich glaube, das hat mittlerweile jeder verstanden. Aber es haben halt, pass auf, ich möchte euch den Chatverlauf vorlesen. Okay, mit einem Mädchen. Vielleicht guckt ihr auch gerade zu. Die ist halt komplett ausgerastet. Und das ist nur symptomatisch dafür, was mir noch ganz, ganz andere viele Leute geschrieben haben. Und was mich komplett, was mich komplett, ähm, äh, was mich komplett provoziert. Ähm, was auf, ich lese euch mal die Nachricht vor, ich will euch diesen Verlauf vorlesen. Ich könnte euch den sogar theoretisch zeigen. Ah, ich, kurz hier. Also dieses Mädchen hat mir geschrieben, what the fuck, du betrügst Denise mehrere Male, aber sagst, du würdest das nie tun und machst Andeutungen, dass sie das gemacht hat, obwohl sie ihm nur einen Kuss gegeben hat. Du hingegen mit mehreren Weibern gefickt hast und sie dir immer verziehen hat. Die arme Selina, hoffentlich fällt sie nicht auf dich rein. Du hast Denise zerstört. So, von diesen Nachrichten habe ich ganz, ganz viele bekommen. Ähm, und, äh, übrigens hat Selina beispielsweise, hat E-Mails bekommen mit Warnungen. Die haben geschrieben, ey, pass auf, Jonas, das ist ein richtig falscher Finger. Der wird dir, der wird dich auch betrügen, so wie er Denise die ganze Zeit betrogen hat. Ich möchte keine Leute beleidigen. Und glaub mir, ich habe Leute in diesem Livestream gesehen, die Sachen geschrieben haben. Äh, Denise, Freunde. Ich hätte, ähm, ich hätte, äh, ich würde dem wirklich am liebsten richtig alle klatschen. Ähm, aber es ist gut, es klärt sich ja alles. Ähm, aber die haben einfach, die haben diese Sachen einfach in die Kommentare geschrieben. Und um das kurz nur anzureißen, ich habe Denise nie betrogen. Kein einziges Mal. Äh, kein Kuss. Kein, ähm, kein, äh, nicht mit irgendwelchen Weibern gefickt. Und auch nicht mehrere Male. So, der Chatverlauf ging dann halt noch weiter darauf hin. Äh, nur um das halt kurz gerade anzu, äh, zu erklären, so. Ähm, weil das ist scheinbar aus diesem Livestream ist es rausgekommen. Also es ist passiert. Sie schreibt weiter, du bist so ehrenlos. Dann habe ich geschrieben, habe ich, weil auf manche antworte ich halt, weil ich das so spannend finde. Habe ich halt geschrieben, ähm, hey, mal ganz ruhig. Äh, ich bin Denise kein einziges Mal fremdgegangen. Ähm, 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 und alle, und das, äh, die meisten anderen Anstiegungen, die du geschrieben hast, stimmen so auch nicht. Dann hat sie, hat sie wieder geschrieben, klar, einer ihrer Freunde hat in den Kommentaren, äh, geschrieben, mehrmals betrogen worden, aber trotzdem so stark zu sein und es den Leuten nicht zu erzählen. Ähm, und sie hat selber, äh, hat, äh, ähm, zum Schluss, äh, gesagt, dass sie oft betrogen worden ist und dass du viele Dinge getan hast, weshalb ihr eine On-Off-Beziehung hattet, ähm, und sie sich getrennt hat und dann hat sie dir verziehen. Und das ist halt einfach, also das ist aus diesem Livestream rausgekommen. Und deswegen möchte ich einfach nur, dass Denise persönlich, keine Ahnung, ob Denise das hier noch sehen wird, was ich hier gerade sage oder gerade zugut, wie auch immer, aber ich möchte einfach, dass sie persönlich das wieder gerade biegt. Dafür bin ich eigentlich gar nicht verantwortlich. Es ist so, ähm, mal angenommen, äh, ihr geht, ähm, ihr geht, äh, ihr geht zur Schule und irgendwer streut über euch das Gerücht, dass ihr, ähm, äh, irgendwer streut über euch das Gerücht, dass ihr, ähm, äh, keine Ahnung, dass ihr Nacktfotos an die Lehrern geschickt habt, so. Eigentlich könntet ihr natürlich rumlaufen und zu jedem Einzelnen gehen und sagen, hey, ich hab das nicht gemacht, ich hab meinen Schwanz nicht an die Lehrern geschickt, ey, alles ganz ruhig so, ich hab, ihr könntet zu jedem Einzelnen hingehen. Oder ihr geht zu der einen Person, sagt, Kollege, was du gemacht hast, war falsch, ähm, das war falsch, bring das mal bitte selber wieder in Ordnung. Sag du den Leuten, dass es Quatsch war, sag du den Leuten, dass du nur Scheiße erzählst, ähm, erklär mal, wie es wirklich war. Versteht ihr? Das ist einfach, dann hab ich damit gar nichts zu tun. Ich finde, ich muss nicht was in Ordnung bringen, was ich auch nicht falsch gemacht habe. Nur um das aber auch kurz zu sagen, das ist jetzt nicht so, ich möchte mich hier nicht als Helden darstellen und sagen, dass, äh, dass ich alles richtig gemacht hab in dieser Beziehung. Ich hab das damals in einem Trainingsvideo schon gesagt und das möchte ich gar nicht hier nochmal, äh, groß aufgreifen oder so, ähm, aber ich hab das damals in diesem, äh, in diesem Trainingsvideo auch schon gesagt, dass auch ich, ähm, äh, äh, was diese Themen angeht, zur Zeit und, äh, für die Beziehung gehabt, ich hab mich eigentlich nur noch auf mein Business konzentriert, all diese Sachen, ähm, das, äh, das, äh, ganz klar, die Beziehung hat vorne, die Beziehung hat vorne und hinten gewackelt.